Sechs Wochen lang haben sich Johnny Depp und Amber Heard eine Schlammschlacht vor Gericht geliefert. Jetzt sind beide Seiten schuldig gesprochen worden. Im Verleumdungsverfahren zwischen dem Hollywood-Star und seiner Ex-Frau sprachen die Geschworenen dem Fluch der Karibik-Star jedoch deutlich mehr Entschädigung zu als Amber Heard. Sie muss ihrem Ex-Mann 15 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Der 58-Jährige muss seiner früheren Frau 2 Millionen Dollar zahlen. Johnny Depp hatte seine Ex-Frau auf 50 Millionen Dollar Schadenersatz verklagt. Sie habe seiner Karriere mit falschen Anschuldigungen der häuslichen Gewalt schwer geschadet. Die 36-Jährige reagierte mit einer Gegenklage und verlangte 100 Millionen Dollar Schadenersatz. Beide waren von 2015 bis 2017 verheiratet. Heard äußerte sich unsagbar enttäuscht über die Entscheidung der Geschworenen. Depp erklärte dagegen, die Geschworenen hätten ihm nach sechs Jahren sein Leben zurückgegeben. Der sechswöchige Prozess wurde live im Fernsehen übertragen und von einem Millionenpublikum verfolgt. Vor dem Gerichtsgebäude feierten Fans von Johnny Depp die Entscheidung des Gerichts.